Hallo meine zwei Handlanger. Na, wie ist der Fortschritt mit dem Videospiel? Gut. Ja, es ist voll... Wie? Was meinst du damit? Oh. Ja, gut. Ja, also, äh... Schon lange nicht mehr vom Spiel gehört, ja? Stimmt. Also, ähm... Es ist so, dass wir... Wir machen gut Fortschritt, aber... Wir haben halt keinen Namen. Also, wir hatten anfangs einen Namen, aber... Dann haben wir halt den gegoogelt und es stellt sich heraus, dass bereits jemand ein Spiel mit diesem Namen erstellt hatte. Und ihr wisst doch, äh... Ich klau doch nicht einfach so. Nein, ich doch nicht. Ich mach das nicht. Und deswegen... Mussten wir uns dann jetzt einen neuen Namen überlegen. Und eine neue Hauptperson. Und, ja, jetzt seid ihr gefragt, weil wir sind absolut planlos. Ja, schreibt einfach in die Kommentare, ob euch irgendein guter Name einfällt und wie man das Spiel vielleicht nennen könnte. Also, was wir bereits haben ist, es sollen 2D-Plattformer sein und, äh, Zeitreisen als Element haben. Ja, das ist, was wir bereits haben. Also, falls euch zu diesen Punkten ein Hauptcharakter und ein Name zum Spiel einfällt, der noch nicht vergeben ist, das wäre nett. Jetzt, ja, äh, ich hoffe, ich kann mich später melden mit einem weiteren Update, falls ihr überhaupt irgendwas schreibt. Aber ihr schreibt ja eh nichts, was schade ist. Aber, naja, äh, Handlanger, weiterarbeiten.